Tag zusammen, da wären wir wieder, zurück bei Kultik, oder Kultik, wie gerne ihr es haben möchtet, zu dem Retro-Shooter, ich freue mich, eine neue Folge, und ja, wir sind in den Minen, haben wir angehalten, wir haben nicht viel Leben, sehe ich gerade, also was heißt nicht viel Leben, aber, oh, eine Leiche, eine Shotgun, Ihre aller, in den Ass, so, was haben wir denn hier, eine Shotgun, da muss ich aber los, jetzt gibt es richtig Kasala, und ich muss sagen, mir gefällt das Spiel richtig gut, also, es macht echt Spaß, die ganzen Mönche hier zu erledigen, sie haben es verdient, oh, Munition, und nochmal Shotgun, oh, und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir kriegen viel zu viel, wir kriegen viel zu viel Stuff, Yeah, man, what's going on, motherfuckers? Alter, bam, Junge, bam, Junge, bam, Junge, bam, Junge, So, haben wir aufgeräumt. Da oben kann man gar nicht hin. Boah, die Mucke ist auch mega gut. Alter! Leck mich am Arsch! Was war das denn eigentlich? Ist das ein Gewehr? Oh, muss man ihm nachladen. Lade nach! Alter, der wirft in der Miet. Really, Alter? Was ist mit ihm? Oh Gott, was ist mit ihm denn? Ich glaub, wir haben's. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bäm, Alter! Ja, Mann! Du bist aufgeräumt. So. So, ein bisschen Amor. Ich glaub, das Graue unten links ist, glaub ich, Amor. Und unten drunter, das ist das Leben. So, wer will nochmal wer? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal wer? Wer hat's hier verdient? Oh, Munition. Nice. Handgun-Amo. Ähm. Ja. Wo geht's denn weiter? Hier anscheinend nicht. Okay, something is blocking the door. Ich glaub, ich weiß auch was. Oh, da unten warten sie schon. Kann ich die Fässer nicht einfach rollen? Pro. Boah, eh, Alter, kann er mal dahin kullern zu denen. Boah, das soll mal schön zu denen kullern. Mist. Boah, ich hab keine Muni mehr. Äh, 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 die kommen mir gar nicht lang. Äh, wie komm ich denn da drüben hin? Sag mal. Bevor ich jetzt hier weitergehe. Weil da scheint's ja keinen zurückzugeben. Wie komm ich denn hier lang? Ich würd gern das Secret hier öffnen. Ach so, gut. Haben wir das auch gesehen. So, sehr schön. Lebensenergie haben wir auch. Ähm, wir haben leider für die hier... Warte mal, wo war die denn jetzt? Hier haben wir leider keine Waffe mehr. Äh, keine, keine Munition mehr. Wir haben aber noch einen Molly. Und Dynamit. Warte mal. Lightning. Nee. So. Das war doof. Anzünden. Und dann... Hey! So geht das also. Alles klar. Hier. Oh, Alter. Bruder, da muss ich los. Alter. Was ist denn da? Ja, was ist richtig... Äh, unglaublich. Diese Mönche. Oh, da ist der mit dem Ding, ne? Hier. Hey, da ist doch einer. Uah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Laden nach! Alter, der wüftet in den Miet. Der Drecksack. Der ist das wieder. Plump, plump. So, was ist das jetzt? Was ist die Phase? So, ich glaub neben die Shotgun. Jetzt wird ja auch geäumt. Koste, was es wolle. Keine Munition verschwinden. Äh, so. So war Crouchen. Bisschen Handgun-Money. Und ein bisschen Medikits. Sehr schön. Ich rüste wieder die Pumpe aus. D-d-d-d-d-d-d. Boah, Alter, ich feier voll die Musik. Auf unseren Rachefeldzug. Alter. Alter, die zielen aber auch sehr gut, ne? Oh, wo ist das denn? Oh, Armor. Sehr nice. Ich lad mal nach. Lebensenergie nehm ich gerne mit. Ach, hier oben haben wir den. Was? Na, ich glaub da oben wartet jemand auf uns. Ja, ich hör ihn schon schießen. Erstmal unten lang gehen. Aha. Zieh mal einen an. Hab ich denn jetzt für die, für die andere wieder Munition? Ja, nice. Ehre. Ich glaub, das ist doch eine Art Gewehr, ne? Moment. Nein. Ja, genau. Die hätt ich gerne. Hörst du auch damit? So. Was ist die Phase? Ihr Kackmönche, ihr könnt mich mal. Wuhu. Moment, Jungs. Habt mich gleich bei euch. Hier. Brennen die alle? Oh, oh. Hm, Barbecue. Ich muss in der Friedhofserde. So. Moment. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass hier zwischen den Zelten irgendwas. Da oben kommen wir wieder raus. Okay. Ich bin mal sehr gespannt. Wo ist die Musik hin? Die entspannte Musik, die das Ganze ein bisschen entspannender entspannen lässt. So, dann wollen wir mal. Schön war's hier. Es braucht halt einfach gar nichts, ne? Es muss nicht immer die High-End-Grafik sein. Spiele machen auch einfach so Spaß, wenn sie ein gutes Gameplay haben und so einen schönen Soundtrack. Was braucht es dann noch? Oh. Okay. Ach krass. Da unten sind wir vorhin lang gelaufen. So. Wo geht's jetzt hier lang? Okay, hier. Okay. Let's go. Freunde. Ja. Ein weiterer Leichenberg oder... Alter, ne Leichengrube. Was machen die hier? Was, was? Ich komme gerade ein bisschen vor wie bei Outlast. Zwei. Was veranstalten die hier? Okay. Das geht nicht. Muss ich da runter? Ich will aber nicht runter. Ich möchte das nicht. Okay, das scheint nicht zu gehen. Okay, wir probieren's. Ich, ich... Warte, ist es der richtige Weg? Ah, da unten geht's weiter. Okay, alles klar. Uah. Uah. If you find yourself in the dark, you can equip your light with tea... Okay, ja, ja, alles klar. Oh Gott. Geht's jetzt... Geht's jetzt noch gruselig, oder was? Ähm. Hallo? Hallo? Entschuldigung. Ich, äh... bin neu hier. Und ich wollte mal kurz gucken gucken. Was ist das denn? Seit wann... baumeln hier Leute? Äh. Ist gruselig. Äh, ich hab mich verlaufen. Ich würd gern wissen, wo es weitergeht. Hallo? Ja, ähm... Ähm... Das klingt alles sehr, sehr toll hier. Mh... Das ist alles sehr einladend. Ah... Gedärme... Totenköpfe. Hm. Es tropft sogar noch von der Decke. Ist wahrscheinlich ne Tropfsteinhöhle. Und du... Pssch. Entschuldigung. Was... Darf man die berühren? Alter, ist das unangenehm. Das ist mega unangenehm. Hallo? Check. Destroy... Was? The doorway has been barricaded. Tja, okay. Kann ich das hier vorstellen? Stop. Kann ich da drauf schießen? Äh... T-Leiter. Warte mal. Ich schieße mal da drauf. Ach, okay. Das sind Fässer mit Gedärmen. Das ist ja ganz toll. Ah, okay. Das, äh... Ja. Bin ich mit der Schrotflinte etwas sicherer? Sind das Bärenfallen? Das sind Bärenfallen. Alter. Ich... Ich möchte nicht wissen, was hier kommt. Gott, das ist so unangenehm. Kann ich die denn... Probier das mal. Okay. So. Ja, wir werden in der Höhle. Das... Oh. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Jetzt die Barrels to us today. 50 tomorrow. Too good job for my friends. Was? Das... Alter. Silent Hill des Grüßen. Was geht hier ab? Kettensäge? Was? Alter, da ist einer mit der Kettensäge. Alter. Höf die Faschen. Da bin ich mal weg. Ciao. Was? Kampf oder was? Oh Gott. Alter. Au. 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 Willst du mich verarschen? Kann ich den seine Kettensäge aufnehmen? Au. Au. Uff. Achso, jetzt ist sie offen. Äh, Moment. Lade kurz nach. Alter, warte mal. Ich gehe mal eben schnell hinten das Medipack holen. Uff. Das kann man ja... Ich habe schon eben was so gerechnet. Aber ich glaube, ich bin sogar in der Dings gelaufen. Bin sogar, glaube ich, einmal in der Bärenfalle gelaufen. Meine ich zumindest. Aber der hat auch so komische Granaten geworfen, die so absplittern. Ganz gemein. Bleib bloß da hängen. Ich sag dir das. Bleib bloß da hängen. Hier, einer fällt hier noch von der Decke. So, I used the key. Und I closed the door. Vorsicht salber. Check. Ich glaube, wir brauchen das vorerst noch nicht mehr. Das war ja krass. Hätte ich jetzt gar nicht mitge... Oh, oh, oh. Nein, der wirft Dynamiten. Der Drecksack. Uah. 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 Ne, lass mich. Uah. Nein, was? Uah. Eigentlich wollte ich nicht schwimmen. Ich bin schon gebadet heute. Mein Gott, was ist denn mit dem? Junge. Geh doch mal aus dem Weg. Lass mich mal... Was? Use the old key. Ach, guck mal. Hier war der key. Hä? Was? Uff. Jetzt müssen wir noch schwimmen. Wo geht's denn da hin? Oha. Boah. Ich frage mich, wo es hier hingeht. Ach, nirgendswo. Okay. Alter, der bin... Alter, Dynamit ins Wasser geworfen. Na klar, warum denn nicht? Was? Alter. Ja, Mann. Freundchen, geh mir bloß aus dem Weg. Okay, hier sind wir in die Mine gegangen. Was war denn jetzt für... Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier waren wir ja schon. Müssen wir jetzt wieder zurück. Was ist unser Objektiv? Okay, Kills. Ach, guck mal. Ach, das ist ja krass. Okay, das ist sogar schon für Dings, glaube ich, gemacht. Über Controller. Äh. Item, old key. La 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 la. Okay, Arsenal. Time. 37 Minuten spielen wir schon. Secrets 1 von 11 haben wir gefunden. Ich frage mich, wo wir jetzt hin müssen. Und hier waren wir ja schon überall. Hier haben wir ja schon fleißig aufgeräumt. Gab's irgendwo einen Ort, wo wir noch nicht waren? Da ging's ja nicht weiter, oder? So, hier haben sie ihre Rituale durchgeführt. Am Lagerfeuer. Mhh. Riecht immer noch nach Barbecue. So. Hier leuchten noch die Medi-Packs. Finde ich gut, dass es hier so viel Bandage und so ein Kram gibt. Weil man ja doch ein bisschen sehr unachtsam teilweise mal spielt. Man muss schon ein bisschen gucken. Weil das doch relativ zügig ist, das Gameplay. So war das halt früher. Gut. Äh. Ich geh jetzt einfach mal zurück. In der Hoffnung, dass es richtig ist. Ich glaub zwar nicht dran. Also, ist das? Ist das? Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, oder? Da hinten flackert ein Baum. Da war die Straße. Okay. Hä, aber wir sind doch... Es gab doch keinen anderen Weg, oder? Hier war zu, ne? Ja. Hier haben wir auch aufgeräumt. Genau, hier war die Treppe. Hier liegen die ganzen Mönche hier oben. Oh, was ist das denn da oben? Ist das eine Kiste? Warte mal. Aha! Wie komm ich denn da hin? Sag mal. Oh, Moment, 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 Moment. Explore... Ah, okay, Moment. Warte mal. Ich glaube, können wir irgendwas aufnehmen? Und was grabben? Hat sich schon gelohnt, hier zurückzugehen, ne? Da kommen wir bestimmt hier rein. Da würde ich verwetten. Das ist ja das, was ich noch... Oh, der Mönch, der ist noch ein bisschen am zappeln. Äh, das ist wahrscheinlich das, das da reinzukommen. Ich nehm den mal mit. So. Dumm, 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 dumm. Den Tisch, äh, den Stuhl nehmen wir mit. Den Stuhl nehmen wir mit. Den Stuhl nehmen wir mit. So, warte. Ich stelle den mal hier hin. Das wird noch nicht reichen, glaube ich, ne? Äh. 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 Ne, das reicht noch nicht. Kann ich die Tür andersrum aufmachen? Ja, das geht. Warte mal. Probier mal was. Ja, juhu. Enter a secret area. Hallo? Das geht bestimmt... Oh. Oh. Warte. Ne, tatsächlich nicht. Verdammt. Ich dachte, wir kommen in die Zelle. Aber das scheint ja... Scheint ja nicht weiter zu gehen. Verdammt. Okay, aber cool. Haben wir ein Secret gefunden? So gleich aus hier. Das ist ja nice. So, gut. My question ist jetzt, wie kommen wir in die Zelle und wie kommen wir weiter? Vor allem, wo geht's... Wo geht's weiter? Das... Das Dorf ist stuckt. Aber wovon ist es stuckt? Ist hier irgendwie... Okay, da gibt's auch keinen irgendwie anderen Eingang, den ich jetzt sehe, oder? Ne. Das Fass brennt. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man... Huch. Ja, doch. Von hier kamen wir. Hier ging's los, ne? Ja, doch. Okay, alles klar. Das ist jetzt hier... Okay, Tutorial. Ja, gut. Und... Jetzt fängt das Tutorial wieder von vorne an. Ja, ja, ja. Gut. Da, 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 da. So, dann düsen wir mal. Nein, das war falsch. Ich muss in die Richtung. So, da war auch Sackgasse. Gott, ist das ruhig hier jetzt, ne? Ach, ist das schön. Wenn diese bösen Mönche nicht in der Nähe sind. Willkommen in Mönchhausen. Wo auch du ein Mönch sein kannst. So. Oh, eine Headshot gefunden. Sehr schön. Ich würde jetzt einfach mal hier den Weg wieder abklappern. Da, 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 da. Irgendwelche Abzweigungen. Da quaken die Frösche im Teich. Oben ging's ja links zur Mine. Bier. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da jetzt nicht weitergeht. So, hier gibt's Bier. Okay, ja. Ich versteh kein Wort. Aber wo lang? Wo lang ist jetzt die... Ich geh jetzt noch mal nach oben. Richtung Mine. Vielleicht haben wir in der Mine auch irgendwas übersehen. Ich weiß es ja nicht. So, dann tümpeln wir mal in die Richtung. Also. Hier ging's zur Mine. Hier war das Bauernhaus. Ja, der Bagger. Entschuldigung, wenn wir das alles schon gesehen haben. Aber hätten wir auch... Oh, lol. Wir hätten auch ins Wasser gehen können. Und von hier aus wahrscheinlich nach unten gehen zum... zum Links, oder? Geht's da oben hoch? Nein, das ist kein... Das ist kein Secret. Ich dachte erst vielleicht. Ich dachte, das wäre auch ein Secret oder so. Mal gucken. Man weiß ja nie, ne? Bei solchen... coolen Indie-Spielen. So, jetzt mal eine Question. Das hatten wir alles, ne? Ach, use the old key. Ach so. Map completed. Alle erledigt. Zwei von elf. Ernsthaft? Ist das pro Level? Wann das... Wann das echt elf? Elf Secrets hier? The Chip, ja. So. Da wären wir wieder. Okay, da ist die Mine. Von da kamen wir. Gibt's hier auch... Ah, tatsächlich. Oben rechts stehen sieben Secrets. Es gab tatsächlich elf Stück beim ersten. Alter. Es gab tatsächlich elf Secrets. Da muss ich aber los. Elf Secrets. Alter Schwede. So, meine Freunde. Ich bin wieder back in action. So, meine Freunde. Bin wieder da. No turning back now. Hier sind Schaufeln. Was machen die denn mit der Mine? Was haben die denn hier vor? Frage ich mich die ganze Zeit. Oh, Alter. Oh, da bin ich mal. Puh. Was? Was? Die kommen jetzt mit den Schilden? Ernsthaft? Ja, Moment. Das ist doch gar kein Problem. Nein, wir hoffen. Lass das. Lass das. Ich will abbrechen. Wie kann ich das abbrechen? Ist doch gar kein Problem. Ja. Hier für euch. Au, 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 au. Brennt, meine kleinen Mönche. Brennt. Ah, es ist wieder Barbecue-Zeit. Was? Upgrade? Was für ein... Bitte was? Available Parts? Upgrade Parts? Was? Ach du Heiliger. Wir können die Waffen upgraden. Das ist ja krass. Super Magnum Rounds. Custom Tube Magazin. Custom Magnification. Allow. Higher Kapazität. Okay, das mit der Kapazität finde ich, glaube ich, ganz gut. Bei der... Was ist hier? Altfire Headshot Kills. Berend your smaller move of slow motion. Uh. Ach so, man muss nach der Reihe oder was leveln. Ach so. Oder? Das geht nicht. Warum nicht? Ach, kost vier. Ach so. Zwei. Zwei. Vier. Drei. Vier. Zwei. Okay, es geht ab zwei los. Okay, alles klar. Wie kriegt man denn Upgrades? Sag mal. Liebes Tagebuch. Heute bin ich in einer Mine und habe wieder Mönche getötet. So. Das ist bestimmt ein Easter Egg oder so mit der Schreibmaschine. Checkpoint reached. Frag mich, wie viele Upgrades kriegen. Oh. Rotfahren tun wir auch bald. Wenn ich, dass ich die gesehen habe. Ich glaube, wir finden die Secrets. Ich glaube, wir müssen... Mann, die armen Leute. Was haben die denn mit denen gemacht? Was haben die denn mit denen gemacht? Man.